Gerne, ich stelle den Schuppen für den zweiten Tanz. Gerne, Tanz! 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 Applaus Dann möchte ich kurz die Gelegenheit ergreifen, ihm ein paar Gesichter hier vorzustellen. Das ist unser erster Vorsitzender, Klaus Schmitz. Dann haben wir unseren Fahnträger, Björn Obermeier. Applaus Dann stelle ich Ihnen jetzt zwei Herren vor, die sind aber ein bisschen ganz besonders stolz. Die haben sich nach Aschermittwoch entschieden, sie unterstützen ab sofort die Tanzgruppe. Und seit Aschermittwoch haben die zwei richtig Knallgas gegeben und haben richtig reingehauen, um diese Leistung hier heute zu erbringen. Das ist einmal unser Koch, Tobias Rath. Applaus Applaus Und unser Spieß, Giuseppe Di Chiara. Applaus Applaus Wir haben eine gute Tanzgruppe und eine vernünftige Leitung. Das ist die Jennifer Bösken. Applaus Und die Alexander König. Applaus Applaus Bist du fertig? Ja, grüßt ein bisschen, aber ja, erstmal, ich kann dir auch noch einen präsentieren. Die Frage ist nicht, ob ich noch einen sehen möchte, die Frage ist, ob die Leute noch was sehen möchten. Applaus Das freut uns, Herr Typ Zöller. Jetzt muss ich dazu auch schon wieder noch ein Wort drüber verlieren. Wir an unserer Fahne See 2012 e.V. Wir haben jetzt bald fünf Jahre geschafft. Da haben sich unsere Tanzmädels und Tanzjungs mal was anderes einfallen lassen, als eine kleine Zugabe. Wir hoffen einfach, euch gefällt es. Garde, stellt euch auf zum Tanz. Garde, tanz! Was auch passiert, das Tränen ist auch drauf. Das schönste, was wir machen, schon halb die lange Jahr. Ist unser Fehler, denn wie hält man zusammen. Eja, war doch passiert in unserem Golf. Musik 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 Volka, 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 dann trink ich mit an die Volka Volka, 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 der Bitter und die Holka Kaffee mit Sonnenwodka Volka, 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 alles war so schlimm Wenn wir so zusammen sind So, Christian Ja, wir dürfen uns bedanken bei den Hürte-Husaren heute unter der Komponatur von Daniel Mohr Wir haben jetzt noch eine kleine Erinnerung an diese Veranstaltung An unsere Viktoria für die Fahne Björn, lass das Ding ins Rummer Er hat sich so gefreut, dass er die Fahne heute tragen wollte Fall nicht runter Und wir bedanken uns beim Hürte-Husaren-Chor mit Rema Kräftig Berot Hürte-Husaren Berot So, der Spielmannszug hat da unten schon ein schönes Spanier gestellt Ich würde sagen, dann wollen wir die auch gar nicht strapazieren, wieder hochzukommen, oder? Ne, ich habe mich kurz mit René gerade noch abgesprochen Sie wollen uns hoch ausspielen Dann danken wir uns Bedanken wir uns für euren Auftritt Wünsche noch einen schönen Abend, eine unfallfreie Session Wir sind uns Dankeschön Gerne Fällst du mal aufs Marsch? Eins, zwei, drei, vier trump D�ep Sầm Ska Ska Sie 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020